Das ist der Dayton GTB339 Pro, der identisch mit dem neuen GTB339 F1 ist. Der F1 hat nur die lizenzierte Falco X Firmware, die normalerweise um die 15 Dollar kostet und die Gemfan 3016 3 Blatt Propeller. Ansonsten sind beide Quadcopter identisch. Der GTB339 Pro Quad hat eine OneCam Nano 2 Kamera mit den guten TBS Pro 2 Nano Empfänger, der 25 bis 400mW senden kann. Innen ist der Mamba F411 All in One Board mit 13 Ampere ESC. Original sind 3020 2 Blatt Haku Props auf den Mamba 1105 5500KV Motoren. Das Mamba Cube Frame ist dünn aber sehr steif und leicht. Ein FrSky R XSR Empfänger kann ohne zu löten mit einem Adapter angesteckt werden. Zusätzlich gibt es ein weiteres Kabel zum Anlöten um am Gewicht zu sparen. Im Lieferumfang gibt es Satz Vibration Dämpfer, ein Buzzer, zweiter Akkugurt, viele Schrauben. Der Dytone wiegt knapp 67 Gramm und mit einem Empfänger ca. 69 Gramm. Hier die kleine Caddx BabyRatel die ein super gutes FPV Bild liefert. Ich tausche hier die Runcam Nano 2 gegen die viel bessere BabyRatel Kamera aus. Die Ratel hat einen größeren Sensor, hat besseren Kontrast und liefert abends bei wenig Licht ein sehr gutes Video Bild. Die Kamera ist knapp 1 Gramm schwerer als die Runcam Nano 2. Der Stecker an der Radel ist passgenau und man muss nur die Kameras umstecken und festschrauben. Als Empfänger verwende ich den TBS Crossfire Nano Empfänger, der mir den besten Empfang bietet. Ich könnte die neue Minimortal T Antenne nehmen, aber die original flexible Antenne ist nicht schwerer und etwas besser. Vor allem kann ich die Antenne mit Kabelbinder in einer L Form an dem Dytone hinten montieren. Der Nano Empfänger wird über das gelbe Kabel AnteX, Weiss RX, Rot 5V und Schwarz Grund angeschlossen. Jetzt muss nur noch die Antenne gut befestigt werden, hinten waagerecht kommt der dünner schwarze Antennendraht hin und senkrecht nach oben das aktive Antennenelement. Unten unter dem Akku kommt ein Silikon Polster, hier das sehr gute UAV Petstar. Als Propeller werden die Gemfan Hurrikan 3016 mit 3 Blatt verwendet. Unten passt optimal ein 450mAh 3S Akku. Mit den 3 Blatt Propellern und den Empfänger wiegt der Quad 73 Gramm. Also 4 Gramm mehr als original GTB339 Pro. Und mit dem Akku sind es 113 Gramm. Jetzt ändere ich unter BLHeli Commander die Drehrichtung von allen Motoren, so dass die Propeller von der Kamera sich wegdrehen. Und jetzt kann Falco X auf dem Mamba F411 Stack aufgespielt werden. Den Mamba Stack musste ich zuvor online mit der Seriennummer für 15$ für die Falco X Firmware lizenzieren. Der Mamba Stack bei dem GTB339F1 ist bereits lizenziert und mit Falco X Firmware vorinstalliert. Anschließend wird mein Dayton unter Falco X konfiguriert und das passiert kinderleicht mit der Fernsteuerung und der FPV Brille. Oder wie hier um es besser zu sehen am PC, da sieht man identisch das gleiche wie in der FPV Brille. Eigentlich braucht man für die Konfiguration keinen PC mehr. Die Konfiguration sucht zuerst nach dem Video Sender und dem Verwenden Empfänger. Dann muss der Schalter für Motor an bewegt werden. Für die Kalibration werden die Sticks in alle Ecken gedreht. Der Gas Hebel wird nach unten geschoben, Yo nach links, Pitch nach unten, Roll nach links. Nun funktioniert die Funke. Jetzt wird die Motor Richtung eingestellt, die Motoren werden aktiviert und jeder Motor wird einzeln eingesteuert um die Motor Reihenfolge festzustellen. Motor 1, 2, 3 und 4. Jetzt wird der Quad waagerecht hingelegt und anschließend auf die Nase 90 Grad gestellt. So wird der Gyro justiert. Ich aktiviere noch einen Schalter für stabilisiertes Fliegen, also Angel und schon ist alles eingerichtet. Um in die Einstellungen unter OSD zu kommen stellt man beide Sticks nach links unten. Unter VTX stelle ich meine Standard Frequenz F1 ein. Bei den Haupteinstellungen stelle ich die minimale Zellspannung ein, hier auf 3,5 Volt. Unter Modes stelle ich den Schalter für Motor Beeper. Unter OSD verschiebe ich beide Zeilen nach unten, weil ich bei dem Rapid Fire Empfänger oben die Balken von Antennen Empfang eingeblendet habe und diese das Falco X OSD überdecken. Links oben kommt die Flugzeit hin und zum Schluss stelle ich den Drohennamen ein. Das wars. Jetzt kann ich fliegen und alles ist super gut eingestellt. Nun habe ich einen Dayton GTB339F1 Quad zusammengestellt. Mit einer der besten KDX Baby Ratel Kamera und dem besten Crossfire TBS Nano Empfänger. Und wie fliegt der Dayton GTB339F1? Einfach perfekt. Ein super Flugverhalten wie ein 5 Zoll Racer oder sogar ein Freestyle Quad. Ich fliege mit dem Standard Falco X Profil. Hier kann man andere Profile auswählen, zum Beispiel um lange und sparsam zu fliegen oder aggressiv. Falco X funktioniert deswegen so gut, weil es exakt für diese Hardware optimiert wurde. Nur der Mamba F411 FC ist für 3 Zoll Quad mit der Falco X 5er nutzbar. Man soll genau die hier genutzte GEMFAN 3016 Propeller mit den 1105 5500KV Motoren verwenden. Mit exakt dieser Hardware ist es gewährleistet das Falco X perfekt funktioniert und der Quad super super gut fliegt. Und ich kann nur bestätigen, dass hier alles perfekt ist und ich noch nie so ein 3 Zoll Quad mit nur 113 Gramm mit so gutem Flugverhalten geflogen bin. Für mich hat sich das Upgrade für meinen Dayton GTB339 Pro mit der Falco X Firmware für 15 Dollar wirklich gelohnt. Und die KDX BabyRatel ist für mich 10 mal so besser als die einfache Runcon Nano 2. Der TBS Pro 32 Video Sender funktioniert mit 25 Watt super stabil und liefert ein sauberes Videobild. Was soll ich sagen, alles ist hier perfekt. Auch der Tattoo Akku mit 450mAh 3S passt perfekt dazu und liefert über 5 Minuten Flugzeit. Wer so einen leichten 3 Zoll Quad sucht, den empfehle ich den Dayton GTB339 F1 zu kaufen. Wer bereits den GTB339 Pro besitzt, der sollte auf jeden Fall Falco X Firmware drauf installieren und das FPV Fliegen geniessen. Oh mein Gott. Ja. Kommt! Ja. Tönt! Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.